Stopp, stopp! Verpassen Sie nicht die Chance 2013. Starten Sie durch mit Ihrem Projekt, mit Ihren Produkten, mit Ihrer Internetseite. Nutzen Sie Social Media Marketing. Die Social Media Challenge von Doc Goy hilft Ihnen genau dabei. Wenn Sie Selbstständiger oder Nebenberufler sind, Freiberufler, Kleinunternehmer, Unternehmer, Handwerker, ein lokales Geschäft haben, einen Gastronomiebetrieb haben oder freier Dienstleister sind, dann sollten Sie für Ihr Geschäft auch die Möglichkeiten von Facebook, Twitter, Google+, einem Blog und sonstigen Möglichkeiten in den sozialen Netzwerken nutzen. Die Oldschool Werbung über Zeitungsanzeigen und viele sonstige Dinge funktioniert zwar immer noch, aber nicht mehr so gut und ist ziemlich teuer. Nutzen Sie das Potenzial von Facebook, Twitter und anderen Netzwerken, denn genau dort sind auch Ihre Kunden. 50 Millionen Deutsche haben sich in diesen sozialen Netzwerken angemeldet und verbringen Ihre Zeit dort. Steigern Sie Ihre Bekanntheit. Finden Sie neue Kunden. Pflegen Sie Beziehungen mit Ihren Kunden. Verbessern Sie Ihr Image. Fördern Sie die Beziehung zu Multiplikatoren. Und viele andere Dinge. Nutzen Sie die sozialen Medien. Die neue Laufkundschaft sind nicht diejenigen, die an Ihrem Geschäft vorbeispazieren, sondern diejenigen, die auf Ihrer Internetseite landen. Leiten Sie Leute aus dem Internet, von Facebook, von YouTube, von Twitter auf Ihren Internetauftritt und machen Sie aus Interessenten Kunden. Die Social Media Challenge 2013 gibt Ihnen die Werkzeuge dazu und erklärt es Ihnen. Mehr Interessenten. Mehr Besucher. Mehr Kunden. Mehr Umsatz. Und wenn Sie das alles mit Hilfe von Social Media Marketing für sich selbst umsetzen möchten, um mehr Kunden und mehr Besucher auf Ihre Seite zu kriegen und im Endeffekt auch mehr Umsatz zu machen, dann sollten wir uns miteinander auseinandersetzen. Guten Morgen und guten Tag. Mein Name ist Dr. Reinhard Goy. Dr. Goy. Und ich helfe Ihnen persönlich während der Social Media Challenge durch diese einzelnen Schritte hindurch. Sie können mit mir Kontakt aufnehmen. Sie können mit mir skypen. Sie können mit mir ein 1 zu 1 Gespräch machen. Alles das ist innerhalb dieser Schulung für Sie möglich. Nutzen Sie diese Chance, 2013 mit Hilfe von Social Media Marketing durchzustarten. Schauen Sie, was Ihnen die Social Media Challenge 2013 alles bringt. Viel Spaß dabei. Durch meine eigenen Aktivitäten in den sozialen Netzwerken erreiche ich momentan maximal ungefähr eine Viertel Million Leute. Durch einen einzigen Klick. Stellen Sie sich vor, das könnte auch für Sie der Fall sein. Meinen Sie, das würde Ihnen ein Umsatzplus bringen, mit einem Klick plötzlich 250.000 Leute anzusprechen? Natürlich bringen diese Besucherzahlen auch Ihre Internetseite weiter nach vorne. Meine Domain rangiert regelmäßig unter den Top 100.000 Seiten weltweit und unter den Top 7000 Seiten in Deutschland. Mit dem Suchbegriff Twitter auf Deutsch stehe ich bei Google auf Platz 8, also auf der ersten Seite. Ganz ohne irgendwelche SEO-Maßnahmen. Ohne Suchmaschinenoptimierung auf Platz 1 bei Google mit Twitter Erfolg bei über 25 Millionen gefundener Seiten. Nur durch soziale Netzwerke und durch Aktivität. Es gibt viele verschiedene moderne Medien, bei denen Sie aktiv sein sollten. Einige kann man gut automatisieren, andere sind eher individuell. Bei einigen ist der Zeitaufwand sehr hoch, bei anderen ist es eher ein oberflächlicher Kontakt. Suchen Sie sich aus diesen ganzen persönlichen Netzwerken Ihren persönlichen Favoriten heraus. Aber nutzen Sie auch die anderen. Machen Sie es oder lassen Sie es. Aber vergessen Sie nicht, dass in diesem Bereich, über den wir hier reden, Social Media Marketing, ein Werkzeug ist. Es dient dem Zweck, mehr Besucher auf Ihre Seite zu bringen. Es hat ein Ziel und das Ziel heißt, Ihren Umsatz zu steigern. Halten Sie sich an diese 10 Grundprinzipien und Ihre Social Media Strategie wird nicht scheitern. So. Und jetzt fangen Sie einfach an. Just do it. Und was genau ist es die Social Media Challenge? Und wie kann sie Ihnen helfen? Das Ziel ist es, dass Sie mehr Kunden bekommen. Durch den Aufbau eines sogenannten Verkaufsfunnels, eines Trichters. Oben ist die Menge an 50 Millionen deutschsprachiger Kunden. Und am Ende dieses Tunnels landen einige bei Ihnen in Ihrem Warenkorb. Die ganze Social Media Challenge dauert etwa einen Monat. Schritt für Schritt jeden Tag eine neue kleine Lektion. Die Investition für Sie beträgt 178 Euro und 50 Cent brutto in Deutschland. Die Voraussetzung ist Ihre Bereitschaft mitzuarbeiten, denn ich werde es nicht für Sie machen. Ich werde Ihnen nur zeigen, wie Sie es selber umsetzen können. Aber wir arbeiten eng miteinander zusammen. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie sich direkt über verschiedene Methoden an mich wenden. Erhalten dazu Schulungsvideos, Live-Support, aktive Hilfe und persönliche Unterstützung, Tools, Checklisten, Vorlagen, ein Skype-Chat, eine Facebook-Gruppe, bei Afoma ein Forum, Webinare, ich werde Fragen beantworten. Alles das erhalten Sie zumindest während 30 Tage und auch danach haben Sie natürlich weiterhin Zugang zu den Videos. So in etwa ist die Übersicht der Social Media Challenge. Es geht um die Thema Vorbereitung, Twitter-Blog, Facebook-Fan-Seite, Ihre Zielseite, die Vernetzung untereinander und sonstige Tools. Parallel dazu läuft das auch auf der Plattform Afoma. Dort ist die Unterteilung ein wenig anders in kleinere Schritte, aber das Prinzip ist das gleiche und die Videos, die Sie bei Afoma sehen, sehen Sie auch auf meiner Seite und umgekehrt. Sie erstellen mit meiner Hilfe einen Twitter-Account, einen Blogspot-Blog, eine Facebook-Fan-Seite, eine Google-Plus-Seite, eine Xing-Seite, eine Zielseite und danach wird das alles miteinander vernetzt und automatisch verknüpft. So dass Sie, wenn Sie einen Blogartikel geschrieben haben und auf den Knopf jetzt veröffentlichen drücken, sofort eine Meldung an Twitter, an Facebook und an Google-Plus rausgeht. Und Ihre ganzen Follower, Ihre ganzen Fans, Ihre ganzen Kreise sofort informiert werden. Als Hilfsmittel erhalten Sie von mir meine komplette Twitter-Erfolg-Schulung. Meine komplette Schulung der rote Faden im Internet-Marketing. Sie erhalten pro Monat mindestens ein Webinar, mein persönliches Coaching während 30 Tagen, zusätzliche Tools und Checklisten und Videos, die ich extra neu erstellt habe und die ich auch regelmäßig auf dem Laufenden halte. In einer geschlossenen Skype-Gruppe erhalten Sie von mir aber auch von erfolgreichen Teilnehmern Tipps und Hilfestellungen, genauso wie in einer Facebook-Fan, wie in einer Facebook-Gruppe. Sie erhalten natürlich freien Zugang zu allen Schulungen auch nach den 30 Tagen und ein gemeinsames Mastermind-Brainstorming innerhalb aller Teilnehmer der Social Media Challenge. Sie erhalten noch eine ganze Menge Boni und im Endeffekt erhalten Sie alles, was Sie zum Umsetzen Ihrer persönlichen Social Media Strategie brauchen. Bestellen Sie sich jetzt die Social Media Challenge 2013 und starten Sie dieses Jahr durch. Sie können das tollste Produkt haben. Wenn niemand auf Ihre Verkaufsseite kommt, nützt es Ihnen überhaupt nichts. Der erste Punkt im Internet-Marketing ist Traffic und nicht Content oder ein Produkt. Sorgen Sie dafür, dass Sie genügend Besucher kriegen und Sie werden auch erfolgreich. Ich zeige Ihnen, wie Sie über soziale Netzwerke an mehr Besucher herankommen. Auf meiner Seite erfolgt die Abrechnung über Clickbank oder auch über Afoma. Sie kriegen eine Bestätigungs-E-Mail, Sie müssen sich noch wieder irgendwo anmelden, damit Sie Zugang bekommen und damit Sie auch das Passwort bekommen. Der Ablauf ist ganz einfach und simpel. Und natürlich erhalten Sie sowohl über Clickbank als auch über Afoma eine Geld-zurück-Garantie. Sollte das, was ich Ihnen zeigen möchte, entweder Sie alle schon wissen, dann gratuliere ich Ihnen dazu oder Sie doch überfordern, dann können Sie natürlich mit mir persönlich reden oder Sie erhalten Ihr Geld zurück. Kein Problem. Also noch einmal, Sie haben eine Live-Chat mit mir auf Skype. Sie haben eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo ich Ihnen antworten kann. Ich mache Live-Webinare, wo Sie Fragen stellen können. Sie haben Videos, die vorproduziert sind. Sie haben E-Books, Sie haben Vorlagen, Sie kriegen Templates. Ich zeige Ihnen, wie Sie diese Templates, diese Vorlagen bearbeiten können und daraus eine Opt-in-Seite oder eine Verkaufsseite machen können. Sie kriegen noch weitere Überraschungen. Sie haben als Bonus auch noch einen Gutschein, dass Ihnen jemand eine Grafik, eine Hintergrund-Grafik erstellt oder eine Beratung zur Verfügung stellt. Plus, Sie kriegen den Zugang zu einer Software, mit der Sie ein Facebook-App erstellen können und natürlich den Videos dazu, wie das zu machen ist. Sie bekommen eine komplette Tweet-Erfolg-Schulung, wie Sie einen Account erstellen, wie Sie den personalisieren, mit vielen zusätzlichen Tools und Multi-Account-Software, wie Sie das vernetzen und weitere Plattformen. Umfangreich, eine komplette Schulung, die Sie Schritt für Schritt abarbeiten können. Plus die Schulung der rote Faden im Internet-Marketing. Wie Sie eine Zielgruppe finden, wie Sie ein Produkt erstellen, wie Sie Videos selber aufnehmen können, wie Sie eine Zielseite bauen können, wie Sie einen Blog erstellen, welche Abrechnungsanbieter es gibt und wie Sie Traffic und auch Vernetzung machen können. Alles das erhalten Sie zu der Social Media Challenge dazu. Und natürlich erhalten Sie ein automatisches Update auf alle weiteren Videos, auf alle Änderungen, die es in den sozialen Netzwerken gibt, auf jeder Mitschnitt eines Webinars, die ich in diesem Rahmen mache. Alles das stelle ich Ihnen zur weiteren Nutzung zur Verfügung. Mit dem Zugang zum Fanpage-Direktor können Sie einen professionellen Tab für Ihre Facebook-Fanseite erstellen. Das erhalten Sie von mir als Bonus geschenkt. Mit diesen Vorlagen können Sie hochwertige Opt-in-Seiten, hochwertige Verkaufsseiten für Ihr Internetgeschäft erstellen. Auch diese Vorlagen bekommen Sie von mir kostenlos dazu. Hier haben Sie jetzt einen ersten kleinen Blick hinter die Kulissen, wie der erste Tag oder die erste Woche zum Thema Twitter in der Social Media Challenge aussieht. Hier sind die verschiedenen Themen. Dann erhalten Sie hier eine kurze Einleitung. Sie erhalten verschiedene Videos der neuen Social Media Challenge oder auch der vorherigen Gruppen, Mitschnitte von Webinaren, ganz spezielle Videos, Neuheiten, alles das, was jetzt im letzten Jahr neu dazugekommen ist. Sie erhalten spezielle Fragen und Ergänzungen, die sich ergeben haben. Zusätzliche Links, in diesem Fall hier noch eine Grafik mit den wichtigsten Limits. Alles das erhalten Sie und es wird regelmäßig erneuert. Sie erhalten Vorlagen zu den Headern, zu den Überschriften von Facebook und von Twitter und eine ausführliche Anleitung, wie Sie diese Profilbilder und diese Header auch überarbeiten können mit einem kostenlosen Tool. Alles das erhalten Sie von mir in den Schulungen Social Media Challenge 2010. Entscheiden Sie sich jetzt, starten Sie 2013 durch. Nutzen Sie mein Wissen, was ich in den letzten vier, fünf Jahren angesammelt habe in der Social Media Challenge. Sie sind nicht nur auf E-Books oder Videos angewiesen, sondern Sie haben für einen bestimmten Zeitraum direkten Zugriff auf meine persönliche Unterstützung für Ihre gezielten Probleme. Ich freue mich darauf, mit Ihnen persönlich in Kontakt zu kommen. Sparen Sie viel Zeit, viel Geld und auch viel Ärger. Lassen Sie sich von mir persönlich helfen für Ihren Erfolg 2013 mit der Social Media Challenge. Mehr Traffic, mehr Kunden, mehr Umsatz durch die sozialen Netzwerke. Bestellen Sie jetzt die Social Media Challenge 2013. Viel Spaß und viel Erfolg. Und bis dann. Tschüss, Ihr Dr. Reinhard Goy, DocGoy.